Im Interview merkt man endlich, wie bodenständig er wirklich ist und dass er sich gar nicht für ihn führt. Ich bin gespannt auf das Interview. Das Ding ist, bei Plettenberg, ich glaube, ihr hatet ihn alle mehr als ich und ich werde ihn wahrscheinlich sogar verteidigen, aber ich habe es noch nicht gesehen, wer weiß. Vielleicht sage ich auch, oh Gottes Willen, was lässt er da vom Stapel? Jetzt erst mal, warum war das heute bei Hertha so unglaublich ruhig? Das kann doch nur am morgigen Diego Demme Donnerstag eigentlich liegen, oder? Wie seht ihr das? Aber es war wirklich ruhig. Es gab auch generell nicht mal von den Zeitschriften, die täglich über Hertha berichten, irgendwelche ansatzweise interessanten Nachrichten. Die einzige interessante Nachricht ist, dass ich hoffentlich bald fertig werde mit meiner Kader, mit meinem Kaderplanungsvorbereitung, damit ich dazu ein Video machen kann aus meiner Sicht und dass wir tatsächlich die Lizenz erhalten haben. Da können wir uns auf jeden Fall gleich mal zusammen durchlesen. Das habe ich jetzt nicht als nötig erachtet, dazu extra ein Einzelvideo zu machen, aber wir können uns gleich mal die Presseerklärung von Hertha dazu durchlesen. Das habe ich nämlich vorhin schon mal grob überflogen. Die haben auch nochmal angepinnt oder verlinkt die Finanzberichte von der Saison 2022-23 von allen Bundesliga- und Zweitligaklubs. Hier hat nämlich die DFL veröffentlicht. Also die DFL hat gesagt, dass alle Zweitligisten und Erstligisten die Lizenz erhalten haben. Dementsprechend halt auch Hertha und Hertha hat diesen Text hier veröffentlicht. Hertha BSC erhält Lizenz. Das ist eigentlich traurig genug, dass wir bei unserem Verein darüber überhaupt eine Nachricht schreiben müssen. Ich glaube nicht, dass andere Klubs das machen müssen, aber es gibt sicherlich auch viele wie unter anderem Schalke und so weiter, die das auch als Extranachricht veröffentlichen. Der Lizenzierungsausschuss hat entschieden, dass unser Hauptstadtklub die Bedingungen zum Nachweis der finanziellen Kriterien erfüllt hat. Das war ja von Tom Herrig schon so kommuniziert, dass da noch was nachgereicht werden muss und somit die Lizenz für die Spielzeit 24-25 hält. Das teilte die Deutsche Fußballliga DFL am Mittwoch mit. Damit besteht nun auch formale Planungssicherheit für die anstehende Saison in der zweiten Bundesliga. Wir haben in den vergangenen Wochen unsere Hausaufgaben erledigt. Die durch die DFL auferlegten Bedingungen haben wir fristgerecht und vollumfänglich erfüllt. Das ist schon mal sehr schön. Insgesamt befinden wir uns auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber jetzt gilt es, auf diesem Weg zu bleiben, betont Thomas E. Herrig. Ich habe eher so ein bisschen die Befürchtung, dass das nächste Saison auch schwierig werden könnte. Unser Geschäftsführer fügt hinzu, nach Jahren decken die Einnahmen wieder die Ausgaben. Wir haben den Turnaround geschafft. Ich hoffe, das ist wirklich so. Vor allem, weil wir ja große Einnahmen durch Transferüberschüsse auch erzielt haben. Das darf man immer nicht vergessen. Das wird ja nicht jedes Jahr so sein. Trotzdem bleibt die Situation sehr herausfordernd. Da kann sich ja dann Ralf Huschendrom kümmern. Natürlich müssen alle da im Verein mitziehen, ist ja völlig klar. Darüber hinaus veröffentlichte die DFL die Finanzkennzahlen, habe ich mir auch schon angeguckt. Die für die Saison 24-25 in Bundesliga und zweite Bundesliga sportlich qualifizierten Lizenzklubs. Wie gesagt, die Kennzahlen sind von der Saison 22-23 aus unserer Sicht. Wenn wir uns immer mit Hertha beschäftigen, ist da überhaupt nichts Neues draus zu erkennen. Diese Veröffentlichung erfolgt jährlich im Zuge des Lizenzierungsverfahrens und bezieht sich jeweils auf das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr eines Klubs. Unsere Mitglieder bekamen die Finanzkennzahlen bereits genau auf der Mitgliederversammlung im vergangenen Oktober zu sehen. Im Dezember 2018 hatte die Mitgliederversammlung des DEFL e.V. im Sinne von zusätzlicher Transparent entsprechend Veränderung an der Lizenzierungsordnung beschlossen. Okay, eine gute Nachricht, aber mit der haben wir glaube ich gerechnet. Alles andere wäre sehr enttäuschend gewesen. Hey Tom, kann mir vorstellen, dass Hertha Leite holen wird und damit die Vision des einheitlichen 4-3-3 in allen Teams umsetzt. Habe sowas auch schon aus Hertha-Kreisen gehört. Warten wir mal ab, ob das so kommt und ob er gegebenenfalls dann sogar noch den ein oder anderen Spieler mitbringt. Wir waren ja angeblich an Enzo Leopold interessiert. Ich werde das in meinem Kaderplanungsvideo sagen. Ich persönlich wäre sehr an Phil Neumann interessiert. Ob das realistisch ist oder da nicht auch sogar andere Klubs oder auch Erstligisten dran sind, das wird man dann sehen. Zu dem gibt es nicht so viele Gerüchte. Leite spielt ja auch oft Dreierkette bei Hannover. Es bietet sich ja da auch an. Ich finde es auch gar nicht grundlegend zwangsläufig notwendig, sich auf eine Formation festzulegen. Das sollte relativ flexibel sein, aber auf einen Spielstil auf jeden Fall schon. Wie gesagt, ich finde Leite kann ein bisschen mehr nachweisen als ein Christian Fiell. Leite hat ja auch die Verbindung zu Zeckel aus der Ingolstadt-Zeit, aber wenn ich Leite jetzt gegenüber Olli Reis stelle, würde ich es trotzdem lieber mit Olli Reis wenigstens mal versucht haben. Ja, stimmt. Kaiserslautern hat Markus anfangen. Bin ich mal gespannt. Ich finde den Kader eigentlich gar nicht so schlecht und wenn man sich mal so anguckt, wen die da alles so haben. Ich glaube, da ist auf jeden Fall mehr drin als nur Abstiegskampf. Und bin mal gespannt, wie Markus anfangen dort funktioniert. Ich dachte, Sponsor kommt schon Anfang der Woche. Herrig klang so, als wenn das nur noch Augenblicke dauert. Ich glaube, das wird bald kommen, aber es wird jetzt, es wird in dem Sinne schon ein bisschen überraschend sein, weil ich glaube, ach egal. Aber es ist auf jeden Fall besser wahrscheinlich als Crazy Buzzer. Leite würde mir besser gefallen als Fiell, mir persönlich auch, aber werden wir dann sehen. Ich finde nicht, dass du dich zwangsläufig auf eine Grundformation festlegen musst. Ich glaube, das ist grundlegend wichtiger, was du für ein Spielstier hast. Natürlich finden sich dann die Jugendspieler da gut zurecht, weil die ja auch die ganze Zeit 4-3-3 lernen in den Jugendmannschaften, aber du musst halt auch anpassungsfähig sein. Das kann ja sein, dass in fünf Jahren 4-3-3 das System ist, was total überholt ist und leicht knackbar und dass wieder irgendein genialer Trainer auf eine super Formation gekommen ist. Es geht da ja eher um Spielprinzipien. Das ist ja sowieso flexibel. 4-3-3 kann offensiv interpretiert sein mit zwei Achtern. Ganz herzlich. Kannst du mit zwei Sechsern spielen. Am Ende kommt es darauf an, wie spielst du dieses 4-3-3 wirklich? Dante, danke für dein Stufe-1-Abo. 20 Monate am Start. Abend in die Runde. Grüß dich, mein Lieber. Und Hinzo, danke für dein Geschenk-Abo. Sehr, sehr großzügig. Schön, dass du auch mal wieder vorbeischaust. Der Viktoria-Berlin-Trainer wird wohl anscheinend unser neuer U23-Trainer. Okay. Wer ist denn der Trainer? Viktoria-Berlin-Trainer. Woher hast du diese Informationen? Also, dass es mit Stefan Schmidt nicht weitergehen könnte. Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass er sich zumindest mal ausgetauscht wird. Hier steht zumindest mal, Semi Keskin verlässt Viktoria-Berlin. Okay. Da war ja unter anderem auch der Trainer von Babelsberg bei uns mal im Gespräch. Also vom SV Babelsberg. Semi Keskin. Ich gucke mal sein Trainerprofil. Was hat der jetzt schon so gemacht? Ist ja noch sehr jung. 35 Jahre jung. A-Lizenz hat er. War vorher bei Hertha 06, aber nur ganz kurz. Punkteschnitt bei Vicky 1,76. Da ist er seit 2022. Vorher war er U19-Trainer bei Vicky. Und er war früher sogar beim LFC. Das ist ja der Verein, der zusammengefügt wurde zu Viktoria-Berlin. Co-Trainer. War der da? Warte mal, muss ich mal nachgucken. Semi Keskin. Da müsste der ja schon in der dritten Liga eigentlich Trainer gewesen sein, oder? Da hatten die ja Philipp Sprint als Keeper unter anderem. Sind da auch richtig gut reingestartet. Dann aber auch ganz schön gescheitert. Äh, nee. Es ist schon alles Regionalliga hier. Es war alles Regionalliga. Dann muss es noch ein Jahr davor gewesen sein, wo Vicky in der dritten Liga war. Ja, aber der sieht ein bisschen älter aus als 35, aber das könnte auch gemein sein. Tom, was sagst du eigentlich zum Berliner Weg? Erklärt von Drescher. Demut, Nahbarkeit, Nachhaltigkeit, Kernkompetenz, Sport, Wirtschaftlichkeit, Professionalität. Ich frage mich, wo das Berlin in Berliner Weg ist. Treffen die sechs Punkte nicht auf jeden professionellen Fußballklub zu? Also du hättest da gerne noch mehr, wie ich das jetzt so rauslese bei dir, hättest du da gerne noch mehr das Regionalprinzip drin, was so Sponsoren und so weiter angeht. Ich glaube, der Berliner Weg soll ja vor allem von der Vision her auch dahingehend sein, dass wir halt auf Talente setzen und die größenwahnsinnigen Zeiten, wo wir externe Spieler geholt haben, obwohl wir eine tolle Akademie haben, ad acta legen und nachhaltig arbeiten und nicht kurzfristig, sowohl wirtschaftlich, sportlich als auch ökologisch. Ich finde, Berliner Weg ist sowieso schwierig. Am Ende geht es da drum, du kannst natürlich immer zu allem Berliner Weg sagen, am Ende geht es da drum, was wir alle Fans wollen, dass wir selbstbestimmt sind, dass wir einen erfolgreichen Fußball spielen und dass wir eine Mannschaft haben und auch einen Verein, der nahbar ist und mit dem man sich identifizieren kann einfach. Und klar kannst du dann überall draufschreiben, das ist der Berliner Weg, aber sowas kann halt auch aus meiner Sicht entweder schnell missbraucht werden oder du sagst, es ist Berliner Weg, machst aber was ganz anderes. Ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer, einfach so pauschal über irgendwelche, ja wie soll man das sagen, also einfach nur zu sagen, ja das Problem ist, es geht ja auch in die andere Richtung. Dann sagen halt Leute, das hat ja Zecke finde ich ganz gut auf den Punkt getroffen, aber dann sagen halt Leute, ja das ist nicht Berliner Weg. Berliner Weg ist ja auch nicht sich an einzelnen Persönlichkeiten festzuhalten. Also es ist immer schwierig. Wir haben eine Vision, das ist schon mal gut. Wir haben was, woran wir uns halten wollen, aber am Ende musst du glaube ich jede Tat oder jede Aktion, die man im Verein macht, nicht danach bewerten, nur ist es Berliner Weg, sondern ist es das Beste für Hertha und ziehen wir da alle an einem Strang, dann ist es glaube ich in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich das einigermaßen so beantwortet habe, wie dich das interessiert. Dennis, du geile Sau, danke für 245 Bits. Was ist denn da für eine geile Sau? Das kann ich nur zurückgeben, grüß dich mein Lieber. 433 ist so flexibel, DM kann einrücken, hast du direkt eine Fünferkette, wie du sagst, auch mit zwei Achtern, zwei Sechtern. Du kannst das auch mega offensiv mit einem Achter und zwei Zehnern spielen. Ja, klar, du kannst ja auch 433 spielen mit drei, also nicht wirklichen Flügelspielern, sondern wie Mainz es unter Bo Svensson gemacht hat, da waren es ja wirklich eher drei Stürmer, also ein richtiger Dreiersturm, wo die beiden Außenspieler dann tendenziell eher Halbraumstürmer sind und die Außenverteidiger richtig hochschieben. Aber ich würde mich gar nicht so auf eine Formation festlegen, das wollte ich damit einfach nur sagen. Boah, jetzt komme ich hier gar nicht hinterher. Als wäre das ein Grundgesetz, ohne irgendwie niedergeschrieben zu sein. Was meinst du? Wird Demmer morgen verkündet? Das werden wir sehen. Ich würde jetzt nochmal gucken, hatte mir jetzt hier, weil ich jetzt auf Stakers geantwortet hatte, hatte der nochmal was geschrieben? Nee. Denkst du, die Hertha hat nächste Saison Chancen auf den Aufstieg? Also man sollte auf jeden Fall alles dafür geben, um den Aufstieg möglichst nah zu kommen oder den gegebenenfalls Best Case sogar zu realisieren. Du solltest alles dafür tun, das ist jetzt sehr schwer einschätzbar. Ich weiß weder, was wir für einen Kader zur Verfügung haben, ich weiß nicht mal, was wir für einen Trainer haben, was für eine Spielidee und das weiß ich bei den wenigsten Vereinen. Also dafür ist es, glaube ich, noch ein bisschen früh. Veganer Kevin, grüß dich. Ja, passt. Okay, ich hoffe, das war nicht zu geschwollen oder zu oberflächlich. Aber anscheinend weißt du, was ich meine. Das ist genau die Gefahr, was Rob Cheng als Außenstehender hier gerade schreibt. Er sagt gerade, Berliner Weg ist schon zur hohlen Phrase verkommen. Das ist genau ein Problem. Jeder kann sich hinstellen und sagen, das ist der Berliner Weg. Wir haben jetzt XY eingestellt. Der ist härter durch und durch und der weiß genau, wie wir bodenständig, demütig arbeiten wollen. Und es können am Ende alles leere Worthüllen sein. Am Ende geht es wirklich in einem Fußballverein um den Erfolg. Wirtschaftlich, sportlich und natürlich auch, wie holt man die Leute ab in einem Verein, so viele Mitglieder hat. Kevin from the Block fragt, was sagst du eigentlich, wenn Demme kommt? Finde es schwierig, einen Spieler zu holen, der zwei Jahre nicht gespielt hat? Ja, finde ich auch schwierig. Also einerseits, natürlich wissen wir alle, wenn Demme einigermaßen die Fähigkeiten auf den Platz bringt, die er schon mal imstande war zu leisten, dann ist er ein überdurchschnittlicher Zweitligaspieler, aber ein Spieler, der zwei Jahre nicht gespielt hat. Da hat man dann eher mal so ein bisschen Angst, dass er die Karriere ausklingen lassen will. Wie fit ist er noch? Der Schnellste war er sowieso nie und so weiter und so fort. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe letztens im Transfermarkt einen Artikel gelesen über Gladbacher Weg. Oh Gott, ich hoffe, der beinhaltet nicht unsere Talente abzuwerben, aber im Moment werben sie ja gerade Dortmunder Talente ab. Heller, bestes Wasser, ja, schmeckt ganz gut. Ich höre mir das immer, wenn das im Angebot ist, aber hat auch ganz schön viel Zucker. Aber besser, als wenn du dir irgendwelche Softdrinks in den Rachen schiebst. Also viel direkte Kommunikation, viel Soziales gemeinsam und dann folgt der Rest fast schon von alleine. Nee, so ist es ja auch nicht gemeint. Aber es darf halt nicht dazu verkommen, Rob Chang. Der Fokus muss komplett auf dem sportlichen Erfolg sein, natürlich. Dann kommt andersrum meistens das andere, nämlich Identifikation und so weiter. Aber dann musst du trotzdem eben auch nicht von oben herab kommunizieren. Und das kann man als Außenstehender wie du vielleicht nicht nachvollziehen. Aber wenn du dir vorher härter angeguckt hast mit den Bobic, auch mit Preetz, Gegenbauer, alle, die da waren, da war eine sehr große Distanz zur Basis, nämlich zu den Fans. Eine sehr, sehr große Distanz. Und die ist wirklich, man ist viel enger zusammengerückt. Das merkst du auch auf Mitgliederversammlungen und so weiter. Das alleine reicht aber natürlich nicht. Du brauchst auch Expertise und du musst auch für den sportlichen Erfolg halt die nötigen Schritte halt tätigen. Aber das halt in einem ehrlichen und offenen Austausch, ohne wir sind hier und entscheiden. Ihr seid da unten und ihr habt gar nichts zu kritisieren. So müsste es best Case dann im Berliner Weg laufen. Aber nur darüber zu sprechen und zu sagen, wir sind jetzt viel näher, weil wir alles Herr Tana sind, das bringt halt auch nichts. Demme kann unser neuer Per Kluge sein und sowas brauchst du in Liga 2. Ey, das war geil damals mit Per Kluge, ne? Muss man wirklich sagen. Auch wenn das irgendwie ein random Transfer war. Rob Chang schreibt, nein, ich meinte, dass das viel besser wäre, wenn Berliner Weg sich auf etwas konzentriert und Kommunikationskonzept ist schon wichtig. Ja, okay, so rum. Aber trotzdem reicht es halt auch nicht aus. Wenn man sagt, uns ist das Gemeinsame wichtig und das Soziale, dann ist irgendwie logisch, dass man viel an der breiten Basis arbeitet und vielen Berlinern die Profikarriere ermöglichen will. Ja, das soll ja auch unser Weg sein, aber es kann halt auch nicht nur damit gehen. Für die 1. Liga kam heute Marktwert-Update. Ich hoffe, die 2. Liga folgt bald. Ist ja meistens dann eigentlich einen Tag später. Normalerweise kündigen die das ja auch an. Mir hatte Nico das vorhin auch schon gesagt, neue Marktwerte sind draußen. Aber da habe ich geguckt, 2. Liga ist noch gleich geblieben. Ich hoffe einfach, Demme ist schneller als Bucher. Mein lieber Fabi, Scout, da würde ich mir jetzt nicht die allerhöchsten Hoffnung machen. Demme war noch nie ein antrittsschneller Spieler. Also, wie gesagt, Schnelligkeit ist wichtig. Du brauchst auch auf gewissen Positionen Schnelligkeit, zumindest als Alternative. Aber es kommt auch immer aufs Spielsystem an, wie essentiell dann Schnelligkeit auf einer gewissen Position ist. Mitti 17 Millionen wert, ja, das ist schon crazy. Haben wir eigentlich irgendwie, ich glaube, haben wir eine Weiterverkaufsklausel bei Mitti? Oder irgendwas? Haben wir wenigstens irgendwelche Bonuszahlungen? Also, das ist völlig verrückt. Ich weiß ja gar nicht, was sein Marktwert letztes Jahr war, als er für 500.000 gegangen ist. Also, ich glaube, der war schon im Millionenbereich. Aber da siehst du mal, wie schnell es geht. Und jetzt warte mal die EM ab, lass den mal Stammspieler sein, Mittelstädt bei der EM. Und zack, guck dir dann mal den Marktwert danach an. Viel schneller ist man auf der Bank auch nicht. Was würdest du vom Heidenheimer Florian Pick halten für uns? Also, zu dem Regensburger kann ich leider gar nichts sagen. Ich habe überhaupt keine dritte Liga verfolgt. Kann ich dir leider überhaupt nichts sagen. Zu Florian Pick kann ich dir auch nicht viel sagen. Hatte zwar ein paar Einsätze, aber das waren ja alles eher Einwechslungen. Also, sehr, sehr wenig Spielzeit gehabt. Ich habe viel Heidenheim geguckt, aber so wirklich viel, ob der uns jetzt weiterhelfen würde, kann ich leider auch nicht dazu sagen. Ich gucke mal kurz, wie lange der noch Vertrag hat. Aber das ist ablösefrei. Und deswegen schlägst du ihn wahrscheinlich vor. Boah, müsste ich mich erst mit beschäftigen. Kann ich dir auch so stehgreifen? Ich kann nicht zu jedem Spieler aus dem Stehgreifer sagen. Und das ist einer davon. Arturo schreibt, würde es begrüßen, wenn wir mehr ins Inhaltliche kommen beim Berliner Weg, zum Beispiel, dass wir für eine eindeutige Spielidee stehen, die wir bewusst forcieren und danach Spieler auswählen. Das ist genau das, was ich meine. Und das hätte ich mir auch gewünscht, dass man das so ein bisschen so kommuniziert bei der Trainerentscheidung über Paldadai. Habt ihr schon über Rese gesprochen? Soll er angeblich in Kürze zum BVB gehen? Was? Wo hast du das her? Welche seriöse Quelle hat dir das verraten? Würde mich einerseits wundern, andersrum bei der Art und Weise, die Dortmund Fußball spielt. Könnte ich es mir eher vorstellen, dass Rese zu Dortmund geht, als dass er zu Stuttgart geht. Dann müssen die Kassen aber ordentlich klingeln. Habe ich noch nichts von gehört, muss ich ehrlicherweise sagen. Man könnte es ihm auch nicht verdenken, wenn er dann zu einem Champions-League-Finalisten geht, die nächstes Jahr wieder Champions League spielen. Andersrum denke ich trotzdem. Wir wünschen uns natürlich alle, dass die Spieler sich identifizieren und so weiter. Aber ich denke mir dann trotzdem hätte man, ich finde, er hat es offen und transparent immer gesagt, in allen Interviews und Podcasts, dass er nicht weiß, was im Sommer passiert und so weiter. Aber ich finde, man hätte es auch anders kommunizieren können, die Vertragsverlängerung. Das hätte dann schon wieder so ein bisschen mit die Vibes. Ja, er hat nicht gesagt, dass er definitiv hier bleibt. Hat er nie gesagt. Aber ich weiß nicht. Das ist dann am Ende nicht negativ konnotiert. Aus meiner härter Sicht natürlich. Aber als normal, jeder, der selber Fußballer wäre, würde es auch nachvollziehen können, wenn du dann so ein Angebot bekommst von Dortmund rein theoretisch, dass du dann da hinwechseln willst. Aber ich denke mir dann immer so, dann mach doch ein bisschen, identifiziere dich mit dem Verein, aber brich die Leute doch nicht so extrem. Reze ist auch nicht so gut, wie führe ich mir beide. Ja, deswegen sage ich ja, würde zu Dortmund eher besser passen. Reze zum BVB, dann will ich aber 10 Millionen plus haben. Ja, vor allem, wenn er zu einem Champions-League-Aspiranten, äh, Champions-League-Teilnehmer geht. Aber Dennis hat auch nicht mehr reingeschrieben, woher er das Gerücht hat. Also sage ich mal, Quelle vertraue mir, Bruder. Habe schon mal geschrieben, Reze würde super zum BVB passen, wenn die Schalker Vergangenheit nicht wäre. Ja, ich glaube, also, das würde man schon irgendwie kommuniziert kriegen. Zumal er ja kein wirklicher Schalker-Jung ist, sondern da erst von Kiel hin gewechselt ist. Hinzu, danke für noch ein Geschenk-Abo, mein Lieber. Danke, danke. Übrigens bei Olympiakos Pireus sitzt unser Gerücht Georgios Massuras auf der Bank, wollte ich euch nur mal kurz sagen. Was ist deine Meinung über Romano Schmid? Ist ein guter Spieler. Ich mag den. Also ich finde, gefällt mir sehr gut. Gibt immer alles, ist technisch auch nicht schlecht. Ist sogar relativ flexibel einsetzbar. Österreichischer Nationalspieler. Ich finde es eigentlich krass, dass Kevin Stöger nicht nominiert wurde, würde ich dazu eher sagen. Quelle vertraue mir, Bruder, ja. Naja, dann. Wenn es nicht mal ein offizielles Gerücht ist, dann brauchen wir uns darüber noch keine Gedanken machen. Wer weiß, ob sowas passieren sollte, aber zum BVB könnte er passen. Ich überlege immer so, welche Vereine. Augsburg vielleicht noch. Die haben ja auch immer nötige Kohle eigentlich. Ob er da hin will, keine Ahnung. Wolfsburg wäre so ein Verein, der die Kohle hinlegt. Bremen vielleicht mit dem Investor, aber ich glaube, die werden sich dann eher jetzt mit Zolles auseinandersetzen, weil Fortuna Düsseldorf ja die Kaufoptionen jetzt auf jeden Fall nicht ziehen wird. Und ansonsten so Stuttgart kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube nicht, dass er da so reinpasst. Und da drunter Frankfurt vielleicht noch, aber ich glaube, die machen jetzt mit Hino Topmöller weiter. Ich glaube, die wollen eigentlich auch eher zu einem noch spielerischen Ansatz. Nicht, dass Reze spielerisch versagt, aber ich glaube, dann gibst du nicht so viel Geld für den Spielertypen Reze aus. Eigentlich könnte er, wenn Beste geht, voll zu Heidenheim passen, glaube ich aber nicht, dass sie sich das leisten können und wollen. Ja. Pauli, glaube ich nicht, dass sie so viel Geld ausgeben können. Und das passt auch nicht. Also glaubt ihr, dass in diesem krass dynamischen Spiel von St. Pauli Reze reinpasst? Glaube ich eigentlich nicht. Ausschlussverfahren. Der Verein muss genug Geld haben und dumm genug sein, 10 Millionen plus dickes Gehalt in Reze zu investieren. Da passen eigentlich nur Wolfsburg, äh, Hoffenheim könnte auch noch sein, ja. Für Umschaltfußball, da hat er auch viel Raum. Materazzo will ja mal Umschaltfußball spielen und BVB sagt, I don't care. I don't care, ich vergesse das immer, von welchem Klub bist du noch mal Fan? Also dumm genug ist aber auch schon ein bisschen gemeingesagt. Welchen Gegner würdest du gerne in der ersten Runde des DFB-Pokals vermeiden? Du darfst drei ausrunden. Welche Gegner kommen denn in Frage? Wir haben Samstag die Auslosung um 18 Uhr. Könnt ihr euch schon mal eintragen? Samstag 17.30 Uhr machen wir auf Twitch einen Stream zur Auslosung im DFB-Pokal. Ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, wer jetzt in Frage kommt. Ich hätte gerne einen Klub, einen kleinen Klub aus der Nähe hier. Fände ich cool. Am Ende wird es hoffen, einem die andere Anwalt für das Goal suchen. Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Wenn Deo bleibt, mache ich eine Fußball-Challenge mit ihm. Würde ich dir nicht empfehlen. Wollt ihr wirklich eine Fußball-Challenge machen? Also Kevin, dann sag schon mal alle Termine die acht Wochen danach ab. Könnte schon durchaus sein, dass du einen Schienenwadenbeinbruch hast. Nach dieser Fußball-Challenge. Hin zu Ober. Ey, du bist aber heute auch großzügig. Danke für noch ein Geschenk-Abo. Vielen Dank für den Support, mein Lieber. Ich hätte am liebsten Viktoria Berlin in der ersten Pokalrunde. Wo würde man so ein Spiel dann spielen? Spielen die das dann trotzdem bei sich? Reze ist ein krasser Spieler, aber für einen Bundesligisten im oberen Drittel Flop mit Ansage, sagt I don't care. Es kommt auf den Klub an. Braunschweig. Ne, Braunschweig würde ich gerne vermeiden. Hoffenmann würde den passenden Nachfolger für Reze finden, der auch gut mit Haares funktioniert. Ja, klar. Aber wie gesagt, das ist alles Schall und Rauf. Wir wissen ja nicht mal, was für eine Art von Fußball wir spielen. Wir wissen ja nicht mal den Trainer. Fußball-Challenge endet in einem Boxkampf. Dann hast du auch verloren, mein Freund. Also ich weiß nicht, was du dir vorstellst gegen Seevolk. Ich glaube, Seevolk ist gerade in Brasilien, wenn ich seine Storys verfolge. St. Pauli hat ein klares Gehaltsgefühl, gesagt König. Daher musste auch Hartel quasi gehen. Wo geht denn Hartel jetzt eigentlich hin? Mopilein sagt, wenn wir gegen Vicky spielen, im Oli. Resenachfolger Artik, aber das kannst du gar nicht vergleichen als Spielertypen. Das ist was ganz anderes. Der könnte vielleicht ähnlich, also bei uns ähnlich wichtig sein, ähnlich viele Scorer-Punkte machen. Ähnlich viele. Aber wäre ein ganz, ganz anderer Spielertyp. 0,0 vergleichbar. Artik bewegt sich ja sehr frei zwischen den Linien. Resen hält ja sehr seine Position und Artik ist dann auch noch der, der eher die Schnittstellenpässe spielt, sage ich mal. Ist ja auch kein Flankengeber oder so. Oder? Joghurt? Also beim BVB könnte es schon passen mit Resen. Wunschgegner für die erste Runde. Meine wären ja Viktoria, Lübeck oder Essen. Ja, ich weiß nicht, was halt auf welche wir alle treffen könnten. Da müsstet ihr mir erstmal eine Auswahl reinschreiben. Ich habe mich damit nicht beschäftigt und dann würde ich sagen, Zolles für Resen ist völlig unrealistisch. Völlig unrealistisch, weil die sicherlich zwischen 5 und 8 Millionen einnehmen wollen. Norwich. und das Teuerste daran eher noch das Gehalt ist. Und der will auch in die erste Liga. Leider kannst du dir das eigentlich sofort abschminken. Hartl muss sich neu aufstellen, denkt der, dachte, Trabsonspor, äh, Trabsonspor, Trabsonspor geht durch, Florenz und Olympiakos wohl im losen Interesse. Okay, interessant. Hauptsache, der geht nicht. Falls Stöger nicht zur Union geht, zur Union wieder. Artec für Resen wäre sogar ein Upgrade für Ballbesitzfußball, wenn er sein Level noch 2-3 Jahre hält. Ja, aber kommt dann sehr darauf an, was du für einen Fußball spielst. Wenn du Artec sagst, erhalte mal die rechte Seite, bleib mal auf deiner Position die ganze Zeit, du musst die halten, na dann nicht. Reicht die Qualität für Dortmund? Fragt Mockerfott. Also, ich kann nur sagen, viele aus der Fußballbranche haben da einen sehr kritischen Gedanken über Resen. Aufgrund vieler technischer Aspekte, wo sie sagen, die kommen in der ersten Liga nicht so zum Tragen. Da hat er nicht so diesen Vorteil, diesen Unterschied, wie er ihn in der zweiten Liga hatte. zumindest mal nicht für ein Top-Team. Aber ich würde ihn da auch nicht unterschätzen, weil ich glaube, das ist auch einer, der sich immer noch weiterentwickeln kann. Wie würdest du Robin Heusser und Konrad Faber finden als Neuzugänger? Faber ist Rechtsverteidiger von Regensburg. Faber kann ich nichts zu sagen, Robin Heusser würde ich sofort nehmen. Super zweikampfstark, spielintelligent, viele Pre-Assists, viele Assists, viele viel beitreiben. Das ist das Perfect Match, wenn du sagst, du willst kein Geld ausgeben. Eine Ablöse für einen Sechser, Achter, für einen zentralen Mittelfeldspieler würde ich, also wenn Hertha sich nicht wirklich zumindest um dem bemüht, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich hoffe, Lohn bekommt Einsatzzeiten bei den Profis nächste Saison. Der Junge ist wahnsinnig gut, der ist unfassbar. Also wie der sich dann durchsetzt im Herrenbereich, in einer spielerischen zweiten Liga, aber auch schon körperlichen zweiten Liga, ist dann immer noch mal eine andere Frage, aber das ist ein Spieler der Zukunft. Ich hoffe sehr, dass er bleibt, so wie er es ja wohl zu Dennis Sohn gesagt hat. Ich würde gerne Cottbus, Aachen, Dresden, Rostock und Braunschweig vermeiden. Ja, wenn ich jetzt noch die Alternativen kennen würde. Was ist dieser Quota? Warum schreiben alle rein Quota? Weil ihr gestern alle Relegationen geguckt habt. Ich gebe mal einen Quota Regensburg. Was für eine Position spielt der? Ich kann wirklich überhaupt nichts zu denen sagen. Ich kann mir jetzt hier nur, das ist auf jeden Fall ein geiler Name, Dominik Quota. 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 Links außen, Marktwert 500.000, ein Jahr noch Vertrag. Aus der KSC-Jugend. Dritte Liga, 37 Spiele, 10 Tore, 11 Vorlagen. Relegation, zwei Spiele, zwei Tore, zwei Vorlagen. Da kann ich nichts zu sagen, Leute, aber Abmahnung! Siehst du meine lange Nachrichten? Ich habe sie schon zweimal reingepostet, schicke es dir per WhatsApp. Ne, anscheinend wird die irgendwie nicht reingesendet, vielleicht hat die zu viele Zeichen oder so. Wurde mir nicht angezeigt, sonst hätte ich es schon vorgelesen. Hinzo, danke für noch ein Geschenk, aber Mensch, Hinzo, vielen, vielen Dank. Danke für deinen Support, sehr lieb. Grüße gehen raus an einen Werderaner. Kota ist in Regensburg absoluter Unterschiedsspieler und der Beste von Regensburg diese Saison. Ja, kann funktionieren. Aber ihr seht auch trotzdem noch die Distanz zwischen 2. und 3. Liga bei Einzelspielern. Winkler hat auch ein bisschen gebraucht, ist aber auch noch ein junger Spieler, aber hat auch trotzdem Akzente setzen können. Andersrum sieht man dann halt Clubs wie Elversberg, die eben absolut mithalten können. So, jetzt habe ich immer die Nachricht von Dennis. Also, das sind die Clubs, die wir alle bekommen können. Wehen, Wiesbaden, Eintracht, Braunschweig, Hansa, Rostock, Osnabrück, Ulm, Preußen, Münster, Jan Regensburg, Dynamo Dresden, Würzburger Kickers, Sportfreunde Lotte, Saarbrücken, Sandhausen, Hallescher FC, Erzgebirge Aue, Rot-Weiß-Essen, Ingolstadt, Bielefeld, Offenbach, Cottbus, Jena, Viktoria, Alemannia Aachen, Schott, Mainz, Teutonia Ottensen, Bremer SV, Greifsweiler FC, Phoenix Lübeck, Tuskoblenz, SV Meppen, da haben wir keine guten Erfahrungen mitgemacht. Oder es ist ein anderer Klub aus Meppen. Hildesheim, Willingen und Arlen. Also Arlen ist auf jeden Fall schon mal sehr weit weg, Willingen auch. Hildesheim wäre nicht so weit weg. Wäre eine ganz coole Auswärtsfahrt, wenn man da an Tickets kommt. Ich würde auf jeden Fall vermeiden wollen Ulm. Das wäre so wieder so ein Standardding, wo du rausfliegen kannst. Oder ja, in Regensburg. Ich würde gern sowas nehmen wie Bremer SV, Greifsweiler FC, da müsstest du dich schon durchsetzen. Das sind zwei Ligenunterschied. Arminia Bielefeld brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Hier, Phönix Lübeck, meinetwegen. Ist auch nicht so weit weg. Hildesheim. Ja, sowas fände ich interessant. Börsen Münster ist ja auch aufgestiegen, ist vielleicht auch noch ganz gut erreichbar. Jena waren wir ja letztes Jahr. Vicky Berlin hätte, also Viktoria Berlin fände ich schon cool, muss ich sagen. Viktoria Berlin fände ich sehr cool. Das wäre, glaube ich, mein Wunschgegner. Ach, jetzt hat es hier Kilevra Senpai auch nochmal reingeschrieben. Braunschweig würde ich vermeiden wollen. Wiesbaden. Ganz herzlich rein Michael P. Zu denen, die ich eben schon genannt habe. Michael, hallo, danke für dein Stufe 1. Aber 14 Monate am Start. Moin nach Berlin. Grüße aus Bremen. Grüße nach Bremen, mein Lieber, und danke für deinen Support. Angenommen, wir geben wirklich fast jeden Stürmer ab. Wie würdest du Bretaien und Schula finden, wenn wir mit nur einem Stürmer spielen? Reicht das als Aufstiegssturm? Boah, schwierig. Ich würde, wenn du mich jetzt fragst, Bretaien, also wenn du mich jetzt fragst, wen ich lieber als Startstürmer hätte, hätte ich lieber Bretaien als Schula. Anscheinend vertrauen wir ja darauf, dass er auch noch Entwicklungspotenzial hat, der ist ja auch noch nicht so alt und dass er sich noch verbessern kann und er bringt ja auch seine Zweikämpfe und so weiter mit. Aber als Stürmer, wie ich ihn gerne sehe, finde ich, hat Bretaien einfach die viel bessere Technik und ich würde Bretaien gerne mal bei einer Mannschaft sehen, die sich mehr Torchancen erspielt als weh in Wiesbaden. Also Bretaien fände ich da, ob die beiden zusammen für einen Aufstiegssturm reichen, das hängt natürlich sehr vom Gesamtkader und unserem Spielkonzept ab. Ja, aber Bretaien fände ich weiterhin sehr interessant. Jetzt, wo weh in Wiesbaden abgestiegen ist, umso mehr. Aber wir haben ja erstmal noch genug Stürmer. Auslosung ist Samstag um 18 Uhr. Um 17.30 Uhr machen wir einen Stream dazu oder 17.45 Uhr. Bretaien wohl stark beim HSV gehandelt, ist das so, ja? Vielleicht als Glatzel-Ersatz. Ich weiß nicht, ob Glatzel diese Saison wieder eine Ausstiegsklausel hat. Letzte Saison war die ja relativ gering, da hat er sich für einen HSV entschieden. Das ist ja immer so ein Transferkarussell, kann ja zum Beispiel sein, dass Kleindienst, der war ja auch schon wieder bei Bundesliga-Clubs unter anderem Union im Gespräch, wenn der wechselt, dass dann auf einmal so FC Heidenheim sagt, ja, Glatzel. Wobei, die können wahrscheinlich weniger Gehalt, weiß ich gar nicht, ob die so viel mehr Gehalt bezahlen können als der HSV. Aber die spielen ja jetzt auch Conference League, wenn die ein bisschen Geld einnehmen, wieso nicht? Und dann Bretaien vielleicht zum HSV, aber der ist auch schon 28, das habe ich immer gar nicht so auf dem Schirm. Das ist ja gar nicht mehr so der Jüngste ist, aber ich finde ihn trotzdem weiterhin interessant. Ist groß gewachsen, technisch gut, Torriecher, ich meine, der hat auch jetzt wieder 13 Tore gemacht, ja, für, ähm, beziehungsweise, wenn du die Relegation dazu zählst und einen DFB-Pokal, werden da sogar 16 Tore gemacht, in 34 Spielen, das ist schon stabil. Und in der dritten Liga hat er ja auch schon überzeugt. bei Wiesbaden ist der halbe Kader für fast jeden Zweitligisten interessant, macht eigentlich keinen Sinn, äh, dass die abgestiegen sind, ja, vor allem macht's keinen Sinn, dass diese Spieler nicht zweite Liga spielen. Wenn man jetzt sich mal so den Wien-Wiesbaden-Kader anguckt, Robin Häuser, Bretaien haben wir schon genannt, äh, Bennets ist auch nicht schlecht, Lasse Günther, ich glaub, der ist nur ausgeliehen, ähm, Stritzel könnte bestimmt auch irgendeinen Zweitliga-Klub finden, äh, Lee ist natürlich nur ausgeliehen von Bayern, aber ist interessant, äh, Betzner, ja, also jetzt alle, auch nicht, aber ein paar Interessante gibt's da schon. Würde ich mal so behaupten. Ey, die haben, das wusste ich gar nicht, die haben immer noch Amsif im Kader als Keeper. Krass, Alter, das, ich wusste gar nicht, dass der da bei denen noch im Kader ist. Äh, Matheisen, auch ein solider, ja. Herr Rachmaninoff, das hast du mir doch schon gesagt. Killerzecke, grüß dich. Bitte nicht wieder ein Lee. Ja, da haben wir ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit mit, ne? Glatze geht, denke ich, nach Augsburg, er kommt ja aus der Nähe, äh, Haching, 1860, ja, das würde auch sehr gut passen, wenn die Demirovic abgeben, die haben auch genug Kohle, um das zu bezahlen, und der muss doch jetzt eigentlich nochmal Bundesliga spielen wollen, oder? Feja Vukotic, ich finde den technisch, äh, also klar, der ist eine Kante und zwei Meter groß, äh, aber ich finde den technisch zu limitiert, ehrlich gesagt, für die zweite Liga. und zwei Meter groß,